Ja, liebe begeisterte junge Fußballer, mit den Übungen, die ich euch heute mit Hilfe einiger kleiner Fußballer zeigen werde, könnt ihr euer Ballgefühl ganz toll verbessern. Das einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Ball. Und vielleicht ein paar Freunde, die mit euch gemeinsam üben wollen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.